Stichpunte, der Podcast auf deine Ohren. Mit unterschiedlichen Themen wie unserem Traumberuf. Aber auch Alltagsthemen sind bei uns an der Tagesordnung. Wir schreiben uns unsere Stichpunte auf und erzählen euch in 20 Minuten über das Thema mit Nico und Benni. Schaltet ein und hört rein. Wollt ihr keine Stichpunkte verpassen, dann folgt uns und abonniert den Kanal.